Musik 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 Stell dir vor, du kommst heute Abend von der Arbeit nach Hause. Bist müde und abgespannt, rustig ein wenig aus, machst dir was zu essen, trinkst einen schönen Kaffee, verbringst den Abend noch mit deinen Freunden, um viertel nach acht schaust du dir noch einen Film an, vielleicht kommt da dein Lieblingsfilm. Und danach legst du dich ins Bett. Am nächsten Morgen wachst du auf und befindest dich in einem fahrenden Zug. Und direkt vor dir ist schon das Frühstück aufgebaut. Was willst du machen? Einfach anfangen zu frühstücken? Oder würdest du dich nicht erst mal fragen, wer dich in diesem Zug gesetzt hat? Und wozu das gut war? Und wo du sehr Zug überhaupt hinfährst? Aber jetzt stell dir vor, dass es nicht nur dir passiert, dass es vielen anderen Menschen genauso passiert. Und die fangen alle einfach an zu frühstücken. Da denkst du dir, dann kann das ja so schlimm nicht sein. Da machst du mit. Und nach dem Frühstück kommst du mit den anderen ins Gespräch. Und ihr unterhaltet euch über alles Mögliche. Über Hobbys, Interessen, Zukunftspläne. Aber immer noch stellt sich keiner die Frage, was er in diesem Zug macht. Am nächsten Morgen wachst du in deinem Abteil auf und da steht kein Frühstück mehr. Also sagst du dir, okay, gehe ich ein bisschen Geld verdienen. Und du fängst in diesem Zug an als Kellner. Und du machst eine richtige Karriere. Nach zwei Jahren bist du Oberkellner. Nach vier, fünf Jahren vielleicht Restaurantleiter. Du bist immer noch in diesem Zug unterwegs. Auch von dem Geld, was du verdienst, kaufst du dir ein größeres Abteil. Du heiratest. Deine ersten Kinder werden geboren. In diesem Zug. Die kennen das schon gar nicht mehr anders. Die wachsen auf in diesem Zug und kennen gar keine andere Realität. Deine Kinder werden älter. heiraten selber irgendwann, ziehen in ihre eigenen Abteile und bekommen selber Kinder. Deine Enkelkinder, die zweite Generation, aufgewachsen in diesem Zug. Und eines Tages, es ist gerade die Hochzeit für eines deiner Enkelkinder geplant, und du machst dich schniekefertig mit Anzug und Krawatte und gehst aus deinem Abteil raus und willst auf die Hochzeitsfeier gehen. Und plötzlich hält der Zug an. Die Tür geht auf und jemand sagt zu dir, aussteigen. Wie, jetzt alle aussteigen? Nein, 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 nein. Nicht alle aussteigen. Nur du. Du steigst hier aus. Mit welchem Gefühl würdest du jetzt diesen Zug verlassen? In freudiger Erwartung? Neugierig, was jetzt kommt? Oder hättest du nicht ein verdammt komisches Gefühl in der Magengegend? Was, wenn ich dir sage, du sitzt längst in so einem Zug? Dieser Zug heißt Leben. Und wie alle Züge hat auch dieser eine Endstation. Und wenn du nicht mit dem selben komischen Gefühl an dieser Station aussteigen willst, kommst du nicht daran vorbei, dich früher oder später mit der Frage auseinanderzusetzen, wer dich in diesen Zug gesetzt hat und wozu das gut war. Das ist nicht normal, dass Menschen sich diese Fragen nicht stellen. Wenn ihr irgendeinen Menschen auf der Straße fragt, nach dem, was er gerade macht, egal welche Tätigkeit, ob er im Auto sitzt, ob er einkaufen geht, gerade telefoniert, sich zu Hause befindet, was auch immer. Er wird euch immer erklären können, was er da gerade macht und warum er das macht. Egal was das ist. Interessanterweise können die meisten Menschen bei der einzigen Tätigkeit, die sie seit ihrer Geburt machen, nämlich leben, können sie nicht sagen, warum sie das machen. Die häufigste Antwort der Menschen auf diese Frage ist, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich lebe und warum ich hier bin. Es stellt sich die Frage, wie man auf diese Art und Weise ein zufriedenes Leben führen kann. Kennt ihr den deutschen Ausdruck Sisyphus Arbeit? Habt ihr den schon mal gehört? Sisyphus war ein griechischer Held. Das ist nur eine Geschichte, die die Griechen erzählt haben. Sisyphus wurde nach ihrer Erzählung von den Göttern bestraft. Mit einer der härtesten Strafen, die sie die Griechen sich vorstellen konnten. Sisyphus musste für den Rest seines Lebens, nicht den Rest des Lebens, in alle Ewigkeit, einen Stein, einen Berg hochrollen und kurz bevor er oben ist, rollt der Stein wieder runter. Bis in alle Ewigkeit. Was hat diese Strafe so schwer gemacht? Nicht, weil der Stein so schwer zu heben war oder weil der Berg so hoch war. Das war deswegen, weil es eine sinnlose Tätigkeit ist. Das hat das zu einer Strafe gemacht. Wenn ihr morgens um 9 Uhr zur Arbeit geht und um 5 Uhr ist die Arbeit beendet, dann wisst ihr alle, warum ihr das macht. Stellt doch mal vor, ihr wüsstet überhaupt nicht den Sinn von dem, was ihr da macht. Das würde euch schwerfahren zur Arbeit zu gehen, oder nicht? Jetzt stellt ihr vor, nicht die Zeit von 9 bis 17 Uhr ist sinnlos. Die ganzen 24 Stunden wären sinnlos. Dein ganzes Leben. Es stellt sich deswegen wirklich die Frage, wie die Menschen in so einem Zustand zufrieden leben können. G mentioned. G Flint her. B была die WRAACE-2017. Nicht zufrieden leben.